und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play im Treppenhaus des Grauens und Blut und Gedärme ach jetzt haben die hier wieder ne Witch hingesetzt wo haben sie die Witch hingesetzt? da wo ich letztes mal ernsthaft? ne ein bisschen weiter nach vorne aber irgendwo in die richtung also wahrscheinlich in eigenland räumen müsst ihr auch ein bisschen aufpassen krank scheiße warte ich helf dir hunter a smoker mein ich wie cool du springst da rüber und die noch ach so du machst das schon saßt dich hier direkt um die Ecke hinter dem Pult ja ekelhaft hier hinten ist Adrenalin ich hab alles ersucht wer braucht Adrenalin? ich würd's dem Kribbel da hinten geben brauchst du das dann Conny? den Witch Jäger The Witch Hunter The Witch Hunter ich hör auch was höh? ich hör auch was also du regst die einmal rum und ziehst die Zombies nicht so unglaublich hä? ich hab mich ach alter lass mich doch ein da komm hat den Rückenfall gehalten so Fetch ich weiß auch nicht wie klug das da ist wenn wir hier alle sind jetzt soll ich sonst jetzt mal wer eins bitte hier rein spuckt falle mindestens drei Leute um ok ich kann mich irgendwo hinstellen und meine Pump Pumpgarn hätte ich was gesagt hier kommt nicht den werfen wir müssen uns gegenseitig wir stellen sollen hier in diesen kleinen Raum ja aber da kommen sie doch von oben ne hier rein ne sie kommt diesmal nicht von oben Conny sie kommt diesmal nur von der Seite da deswegen ist da offen jetzt kommen sie von oben du sagst also die machen das auch kaputt ist ja klar ne pfff aber die kommen doch die kommen doch auch von die machen doch auch das hier kaputt auch das hier? da ist eine Tür was ist dahinter? das wäre aber zu blöd genau dasselbe in grün beim Splitter das ist doch die Safe das ist doch die Safe Room oder nicht da wo wir wieder rauskommen wenn wir tot sind der Safe Room ich weiß nicht wie das sonst heißt Spawn Room oder was? Spawn Room genau so ein Teil Spawn-Tel wir müssen einfach nur sagen wann ich diese Granaten oder wo ich die am besten jetzt hinwerfe da rein? was ist wenn wir hier stehen? hier rein oder da? zwei hier und zwei da dann stehen wir da und hier wo stehst du denn da? hä? zwei hier also hier drüben ist eine Gasflasche ja ja das ist schön aber guck mal hier das Röntgenbild also du meinst Nikolaj und du da hinten und Max und ich wir stehen hier vorne nein 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 die ne 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 ihr steht dann hier und schießt da in den Gang und wir stehen hier und schießen da in den Gang wo stehen wir? hier? genau da und dann schießt sie nach hier wo ich jetzt stehe wo ich jetzt stehe und schießt hier in den Gang dass wir so über Kreuz schießen also wir schießen von hier da rüber ja genau und und wer macht das Ding an? ja irgendjemand ja irgendjemand der Stelle laufen kann als Kro ok soll ich soll ich wann soll ich das Ding schießen? ja ich soll das Ding werfen ja warte ich nehm noch selber Medikit und dann ich nehm meine eigene Sachen ähm wa so seid ihr bereit? 3 2 1 go sag dir eins bitte und wir laufen alle aus dem oh Charter oh scheiße boah krass so was denn spitter aber der hat gegen die Scheiße geschlossen ja das ist ein Glück das läuft auf jeden Fall einiges kontrolliert der gerade ohne Hunter ja Hunter ist tot stell dir noch ein Jockey an Jockey tot nächste Welle Charger 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 mir das war falscher Zeitpunkt ja ja 3 Stück hab ich erwischt komm schon ist der Aufzug da? ne noch nicht oder? doch er ist da get in the Elevator get on the Elevator weapons here du hast doch die Skars gesonnen läuft der wieder raus ach ja die Munition ja ich wollte Munition holen wollen natürlich machen können ja das wäre die klugste Idee klug ne ich bin doch nicht so dick wie ich aussehe schuldig euch zu den Fans das kennen zu haben aber einer von euch muss heute sterben gut dass du auf 28 gedrückt hast was? wir wären besser bedient hättest du jetzt auf 29 30 gedrückt das wäre vielleicht klüger gewesen ja das ist bestimmt kaputt also nächstes mal drückst du auf 30 okay ey ich fühl mich so winz ich bin doch nicht mehr größer ich bin doch nicht mehr größer als du tustel ich bin doch nicht mehr größer als du tustel ich kann nicht mehr hüpfen ich kann auch nicht mehr springen ich kann auch nicht mehr springen ich kann deswegen neben dem Aufzug so weil wir noch fahren kann ich mehr springen? kann man doch nicht springen mein Gott hast du in Physik nicht aufgepasst? ne echt mal wenn der Aufzug nach oben fährt dann kann man nicht springen äh blessing na toll ja alles getriggert sollen wir da durchgehen machen hat er? so wir sind auf jeden fall besser besser bedient als letztes mal weil wir haben alle noch einigermaßen gut leben achte mal einfach mal ein bisschen äh ok vielleicht auch nicht wo kommen die Schweine? quoiaaa brauch ausschalten wo wo hier hinten ja ein rait wo wotmann ist wo ist hole wo istBO der riskieriger wo holen そう sprach nein die frage wenn sonst wer vielleicht jemand erst mal braucht vielleicht jemand der sinnvoll einsetzt also kommt nur Conny und ich in Frage ich hab bis jetzt jedes Medikind sinnvoll eingesetzt bis jedes Medikind eingesetzt da steht auch noch einer aber habe ich nicht gerade mit Ruhm bekleckert er ist mir voll in die Flinte gelaufen auch hier die kommen ja gelegen doch auch er müssen weiter Ruhe in Frieden ja wir werden wir werden dir einen Kanister nachschicken hast du nicht nur den Defi? oh jetzt kommt gerade eine Welle da hilft halt Defi 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 und kann eben auch da lieb das werden schätzen und alle BD als ich für was ich höre was so wird ein Brummen und das ist nicht nach dem Tanks was diese Runde tun werde aber ich würde ich jetzt heilen ich höre was ich höre was das wie bei Keeper Fly ja auch er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt was habt ihr? können wir nicht? ich habe gar nichts ich hab ihn voll in den konzentrieren glaube ich können wir ihn nicht irgendwie dazu locken dass er hier runterfällt ich weiß nicht ob er runterfällt ich weiß nicht ob er runterfällt ich glaube der Hälfte hinlaufen soll ich glaube es ist gerade auch nicht das Zoe da hinten da ich hol sie mal oh scheiße lass mich in Ruhe da hat sich den Weg selber versperrt schießt auf ihn jetzt ist zu spät jetzt bist du tot? ja ich bin aber ich muss ja auf ihn schießen ich muss ja auf ihn schießen und ich kann ja nicht sehen wenn meine scheiß Gitten stehen wir hinter mir sind äh toll ihr habt mich in Brand gesteckt ja aber er brennt da? ja ich hab ihn angebracht ober bei muss überleben scheiße huuuu er lebt noch das wird nichts das wird nichts das wird nichts das wird nichts oh man Tore wo ist das Ding überhaupt? ich kann ihn nicht sehen ich kann ihn nicht sehen bei Tore oh Tore NEEEEEEIN er stand und hat nachgeladen ich hab ihn nicht gesehen Frank hat ihn vorbei außer Gefecht gesetzt und dabei hat er gebrannt ok nochmal den ganzen Kram ich würd sagen entweder wir cutten jetzt bis zum Fahrstuhl ja ab Fahrstuhl ist gut ab Fahrstuhl ist denk ich mal ganz gut wir sehen uns beim Fahrstuhl 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 bis gleich hallo und herzlich willkommen zurück so Max jetzt komm rein komm als Max ich will ich will probieren daraus stehen zu bleiben nein so hast du auch das mit dem Togel? jetzt gesagt Fahrstuhmusik ja aber das sind die Leute die Nachtzeit schon ach so als der andere Rennen ach so als der andere Rennen für die ich bin ich bin ich bin die Satz die Pinschungen genommen ich bin ich ich bin ich bin ja klar ist das ich bin ich habe mal nach sie ich bin die die eigentliche aber ich habe auch eine die die ich bin die alle die 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 das machen soll im dünn dünn Hallo oder nicht Mordmann bis hier immer Baseball-Bett ist oder ne ne Krober am Anfang war nicht irgendwo hier noch hier sind noch welche sich abnehmen auch ja da habe ich mich vor der Zerstörung Vorsitzung kann man da nicht auch hin 0 wo habt ihr das Medi-Kit wo habt ihr nicht das Medi-Kit gefunden es wird gefunden da ne, da ne Boink Scheiße Doink Nach der Aktion von Max ist jedes Medi-Kit was ich finde meins auch wenn ich nur 3 HP damit rede ich Was für eine Aktion? Soll ich das mitnehmen oder nimm den noch immerhin mit Doink ich fahr nur darum geht dahin wo wir ihn nachher wiederfinden Oh, weil hier dann viele Zinn sind gute Sachen Oh, wenn ihr das grad sehen würdet das war zu krass habt ihr das gesehen? der hat sich hier hinterher gebackt und hat hier rüber geguckt wie so ein neuer Fischkopf ja, das hab ich gesehen und ich hab ihn einfach abkriegt wickelhaft so gehen wir mal weiter nicht dass hier jetzt noch irgend so ein Fischkopf kommt Geht, Geht von hinten? Ich geh hier in den Safe-Room rein, wo zwei Mollys noch sind ich hab auch nen Mollys das war geil komm doch weg, den Stream so, das ist ein Rad so, das ist ein Rad Ne, wieso? ich klang grad wie so ein abspürstender Soundcard bei mir na, na gut komm, gib ihr genau Mh Böses Mädchen Gehirnsuppe soll ich ein Kanister noch was mitnehmen? steht ein Kanister? der stand da gerade ja, wir brauchen kein Kanister da ist ein Medikid wo? und wenn ihr schneller als Goro bei seid, das ist nicht schwer ok nein, Tore nimmst du ich glaub ich hab noch ein bisschen mehr Leben übrig als Tore ich glaub ich kann noch einmal also ich kann noch einmal tapfer Hallo was ist hier drin? oh Gott hallo, ein Felix Kapitänstik die die Erkennung der Tat mit zwei Mollys wartet bitte man ein bisschen auf mich, bin ein bisschen langsam gerade das ist nicht ein kleines alter ich schieß die selbst sitze ein Max das ist eigentlich so ein Nied ich kann die Geronimo mäßig mitnehmen und ich ist egal Geroнимüßensie die Verletzung die próximo die Prozent auch auf die ohne aber egal das ist Aura di Rune ja das ist Aura di Rune ah tot sterb 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 oh was denn was denn war da von ihm verpiss dich verpiss dich warum killt Hedy immer wenn ich drauf schieße oh hier liegt noch ein Kanister ah wir haben genug Feuer oh nein nicht genug Feuer Feibbomb müssen einmal werfen Feibbomb Feibbomb jetzt wird einer Feibbomb so spät ist er direkt bei mir ja der Weg ist frei also er wirft also ich er hält sie noch oh was hat die ja du kannst du noch länger ja du kannst du noch länger ja das wusste ich das erste Mal als ich die werfen wollte also ich bin im Safe Room Leute und ich hab's gerade knurren gehört also ich würd mich beeilen wo ist der hier lang hier lang hier lang komm mit das ist das auf Feuer geht 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 rein guys ich bin ich dachte du siehst den Tank noch sich schicken was ist das hier wusste ich dir wenn jetzt die Zunge kommt das noch ne Zunge ah oh ah oh Gott schieße Nein, die sind da draußen. Wie viel Glück du hast, dass du die Tür auch gemacht hast, weil... Hättest du die zugelassen, wär das Spiel einfach abgebrochen. Ah, wie ekelhaft. Aber er wäre ja respawned. Conny war's mit dem Tank schlechter. Viel schlechter als der Tank. Dafür hab ich dich wirklich gerne gejagt. Aufnahme beenden wir jetzt an dieser Stelle nochmal. Wir haben ja vorhin schon aufgenommen gehabt. Ja, das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschaui.